Wir waren im Parterre und die Jankers haben im ersten Stock gewonnen. Das waren sehr nette Jankers, das waren nette Leute. Wir mussten Spaß haben. Nur ein Jodler für den Peter. Peter, Janker, Peter, Janker, grüß dich, Peter. Ho-ho-ho, ho-ho-ho. So Hundling. Ho-ho-ho-ho. Ich hab heute eine kurze Lederhose vom Vater. Der hat die weggeschmissen auf einen Container. Und ich hab das gesehen und hab gesagt, Janker, schmeißen Sie die Hose weg. Er hat gesagt, ja, ich brauch's nicht mehr. Und die hab ich heute noch. Natürlich saug kaputt. Das merkt man aber nicht. Schöne halt, oder? Schöne alte. Ja, heute total verschissene. Die wollen immer mehr werfen. Hö!